Herzlich Willkommen zum ersten internationalen CUP-Turnier, den European CUP Championships. Vom 1. bis zum 4. Juli trafen sich 400 Spieler aus 14 Nationen im Wismarer Bürgerpark, um im CUP gegeneinander anzutreten. Organisiert wird der Wettkampf vom Verein Deutscher CUP-Bund. Dieser wurde im Jahr 2018 gegründet, ein Zusammenschluss aus Belgien, Deutschland und der Schweiz. Das Ziel, CUP vom Partyspiel zum richtigen Turniersport zu machen. Präsident des Vereins ist Christoph Fischer. Er freute sich auf die Spieltage und wünschte den Teilnehmern Spaß und Erfolg. Ich bin vor allem ein Mensch, der CUP liebt und der am meisten Spaß hat beim CUP spielen. Deswegen wünsche ich allen ganz viel Spaß und natürlich auch, dass sie ihre Ziele erreichen, sei das der Sieg oder eine gute Platzierung oder einfach einen tollen Tag gemeinsam in dieser tollen Atmosphäre hier in Wismar zu erleben. Nach zwei Jahren pandemiebedingter Verschiebung fanden die CUP-Meisterschaften erstmals in Deutschland, genauer gesagt in Wismar, statt. Organisiert wurde die Sportveranstaltung von Klaus Riedel. Er ist selbst begeisterter CUP-Spieler. Für ihn steht die Meisterschaft unter dem Motto CUP United People. Darum geht es auch, dass die Leute sich verbinden und wiedersehen. Es ist einfach ein sehr fairer Sport. Und dazu wollen wir natürlich auch aus lokaler Sicht den Bürgerpark gerne etwas beleben. Für zwei Spieltage wurden 120 CUP-Felder im Bürgerpark aufgebaut. Dort fanden die Spiele 1 gegen 1, 3 gegen 3 und 6 gegen 6 sowie der Freshman's Cup statt. Dabei gewonnen haben Belgien, Schweiz und Tschechien. Mit den CUP-Meisterschaften wollen die Organisatoren den CUP-Sport national und international etablieren. Wann und wo das nächste Turnier stattfinden soll, ist noch nicht festgelegt.